Keine Ahnung, ich seh's nicht. Baller mit HE drauf, was soll's. Au. Hey, von hinten, von hinten. Irgendwas ballert uns an. Ich steck aus. Ich hab eventuell ne Panzer-Mapierer weg. Der hat sich selber weggepustet, der Idiot. Ähm, Südölz-Kanzler. What? Wie dumm ist der denn? Der hat sich aber weggesprengt, der Lutscher. Okay, dann lass nochmal zum Spawn... Oder wir haben ne Repair hier am Punkt.